Herz-li-ich. Oh, du bist bei mir! Sorry, ich hab dir einfach so in der Ansage gequatscht, aber ich hab mich so gefreut, deinen schönen Rücken zu sehen. Ja, wir sind alle zu viert, dann sind wir jetzt, glaube ich, alle so weit wie möglich vom Killer entfernt, weil du das gelegt hast. Ja, das ist ja eigentlich so. Aber auch alle zusammen, weil das jemand anders gelegt hat. Wir sind alle so zu diesem Generator. Michael! Michael! Erster, Michael. Alter, das kann doch nicht so weit wie möglich vom Killer entfernt sein, ich bitte dich. Ich mein, wie schnell weiter geht, bis da? Das ist doch nicht möglich. Ganz einfach weitergelaufen gemacht, da jetzt in dem Moment. Fällt Folgen auf? Oh, wir im Ruin. Ich weiß. Scheiße. Gut, ich glaub, ich geh mal Weihnachten. Ich habe das Gefühl, das wird keine gute Runde werden. Nee, ich auch nicht. Aber als Killer würde ich auch das mitnehmen, ich würde Barbecue und Chili mitnehmen. Äh, Ruin, Nöd und aufgezählte Hoffnung, glaube ich, weil der ist auch echt mit. Nehmen nur kaum Leute mit, steh ich gern. Ich würd's dir gleich gern holen, aber es bleibt immer noch viel mehr in der Nähe. Nein, er ist bei mir! Oh, okay. Hallo, Michael schon! Alles fit? Nee, er ist nicht aber bei mir. Doch, er sucht mich. Okay. Scheiße. Ah! What? Man sollte von nur dann... Der ist so creepy! Der ist so creepy! Ich weiß. Man sollte die Opfergabe haben, so nah wie möglich von Killer entfernt zu starten. Ja. Weil der rennt dann ja sofort erstmal los. Ja, stimmt eigentlich. So direkt hinter ihm einfach so. Ja, genau hinter ihm zu starten. Ja, genau hinter ihm zu starten. Ja. Das ist so geil. Die sind zu einer Verletzten geführt. Das tut mir jetzt voll leid. Aber was hockt ihr die da ran? Das ist so mitten im Weg. Hat er sie gesehen? Ja. Was steht denn? Los. Bist du hier oben am Schiff? Hä? Ich bin worden. Das ist wieder, wo wir gestartet sind. An dem Generator. Ja, mach ich mit der Cat hier oben einen zusammen. Okay. Oh je, oh je, oh je. Auch gar nicht so weit von mir weg. Shit, ey. Hey doch, Mensch. Was sagt sich halt über die Feiertage so zunehmen, das weiß ich jetzt schon. Gibt's da Knödel und dann gibt's Ostereier und... Stimmt. Seh ich schon vor mir. Natürlich. Eckröchen mehr werden. Oh scheiße. Was denn? Er war gerade auch ziemlich nah. Ach sorry. Diese Leute, die immer so über die ganze Map sprinten. Damit man sie ja nicht heilen kann. Ja. Ist doch echt so. So, also wir haben dann auch irgendwann mal den ersten Generator fertig. Ja, ich hätte ihn auch bald fertig gehabt, wenn ich... Oh nein, unser ist noch lange nicht weiter. Ach. Einer ist jetzt ungefähr drei Viertel. Okay. Ja, unser auch ungefähr. Ja. Ich hab nur gefragt, dass du eben noch gesagt hast, was ich das Wort so... Oh oh. ... abgeschnitten hab. Äh, keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr. Ach so, wegen dem Essen vielleicht? Weiß ich nicht. Endlich! Endlich! Ja, ist auch gleich fertig. Das Luke ist schon mal da. Also die Option für die Luke. Aha. Sehr gut. So, die andere sucht vielleicht... Oh hi! Hey, yo! Was geht ab? Alles fresh. Die Haspa hängt. Ja, ich hab auch zum Spaß gehabt Haspa gesagt. Oh, er kommt. Er hat mich wahrscheinlich gesehen. Äh, ja. Wir sind drin nicht zu hängen, denn. Ja, mach mal. Er ist fröhlich fleißig hinter mir her. It's fresh, 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 exciting! Was hätte ich in die Palette von Lots knallen können, ey? Aaaaaaah. Mit deinem komischen Overwork. Du kriegst immer noch was Neues. Du kriegst immer dasselbe. Komm zu euch. Vorsicht. Ja, ich war. Oh, endlich! Schlecht. Ach schön. Er hat die Verletzte gefunden. Okay, oh. Oh Gott. Oh, Hilfe. Ja, das ist die Zeit. Ja, ich hol sie gleich erstmal direkt, ja. Ja, mach das. Die andere macht sich auch kurz so auf den Weg von mir, aber er ist egal bei mir. Andere, mach doch lieber einen Generator, bitte. Der kann besser. Ja, ich, ich würd sie erstmal gleich schnell heilen. Ja, die andere kommt eh zu mir gelaufen, alles cool, die andere holt mich. Nein, Junge, nein! Nein, er will nur sie, ey, er will nur sie! Oh, oh. Jetzt hätte ich überhaupt gerne eine Hauptschüssel dabei, das wär cool. Alle durch die Luke, voll genau. Ja, ja, ja. Mann ey, wie er nur an einem vorbei rennt, so, weißt du? Versuchst du ihn zu decken? Ey, ja, aber ich schaff's nicht. Scheiße. Ist aber auch echt mehr. Ja. Ich hasse sowas, ich hasse sowas. Ich versteh doch nicht, was das, also warum das sein muss. Kriegt's doch auch ohnehin, oder? Ja. Ich versperr jetzt ein bisschen den Weg. Ich versperr jedoch nicht den Weg scheinbar. Toll, ich warte unten so beim Kellereingang und dann geht er da gar nicht hin. Ja, Mist. Ja, Mist. Die erste Form. Ja, werden weitere Folgen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben, ist sehr groß. So, ich suche jetzt mal einen versteckten Generator. Oh, bei mir ist unten dieses rote Totem. Ähm, erlischendes Licht. Ich weiß nur gerade ehrlich gesagt nicht mehr, was das macht. Irgendwas auf Prozenten, glaub ich. Aber so diese Market-Perks fand ich alle immer so uninteressant irgendwie. Ja. Ich auch. So, ich sitze zu seinem Generator. Fall zur Hälfte. Vielleicht wollte er sie auch unbedingt haben, weil sie die Besessenheit war. Vielleicht hat das was damit zu tun. Oh, oh, erst bei mir. Ach man, geh doch kacken, ey. Haha. Das ist irgendwie so der Spruch, den du nicht so scheiße gelesen hast. Ja, das ist der erste, der erstmal rauskommt, ey. Ja. Ey, nicht. Wenn alle viel entspannt waren, müssten nicht töten, wenn sie einfach mal regelmäßig den Stickgang erledigen. Tch. Das ist also das, was die Leute zum Killerspielen tragen. Ja, wahrscheinlich. Weil einfach der Darm das nicht mehr flutscht. Weil es einfach alles fest ist. Ja, ja, ja. So steh ich. Oh, ich hasse es, wenn der sich stalkt, ne. Man will einfach nur diese stalken verhindern, dann. Laufen wir bitte nicht zu meinem Generator. Geh mal bitte woanders verfolgt werden, ja. Bin ich gerade bei deinem Generator? Ah, es geht. Nein, nicht so weit. Verloren. Verloren. Okay. Ich würde gerne mit meinem Generator weitermachen. Mein Generator ist bald fertig. Ich suche wieder zu meinem Generator zu kommen, aber ich verliere ja so schnell die Orientierung. Dann gar nicht mehr, wo meine war. Ich hab ehrlich gesagt nie Orientierung. Bei allen Maps nicht. Ich hab doch nicht in meinem realen Leben Orientierung gelegt. Ja, ja, ich auch nicht. Naja, gut, man kann natürlich sagen, diese Maps sind viel kleiner. Ja. Sollte man vielleicht Orientierung haben, aber nein. Ich finde mich hier nie zurecht. Ich bin näher an einem Generator. Ja, jetzt ist das schön. Über die Hälfte. Ich geh jetzt auch an einen. Oh, ich glaub, der funktioniert. Du warst gleich fertig? Ich vermiss mich mal lieber schnell. Ist er bei euch? Hallo, Michael! Okay. Okay, ich guck mal da vielleicht schon... Ja, er stalkt sich, ey. Der kleine Pädow. Was du denn heute verwirrt hatte? Ich weiß es auch nicht, aber müde und durch. Ist super leid. Dass sich niemand angegriffen fühlen. Oh nein. Ich geh ja eh schon zweimal. Ich glaub, du darfst doch genau einmal hängen. Genau wie immer zu der, der... Mach ich mal schnell den Generator. Ich hab Adrenalin. Nein, er macht erst mal den Generator. Das wär super. Aha. Er ist heute auch nicht so weit weg. Ich will mir vorstellen, dass er gleich hierher kommen wird. Ah, jetzt ein bisschen in eure Richtung, ja. Er ist bei mir noch? Er ist bei mir noch? Sicher? Ja. Er ist bei mir, ja. Ist er grad vor mir? Ja, er ist bei mir. Jetzt geht er so ein bisschen weg. Er geht wieder her. Ja, also ihr könntet den Generator noch machen. Genau. Ja, die andere ist weggegangen. Ich sitz aber noch dran. Ja, super. Er ist grad bei mir. Also nutzt die Zeit, mach den Generator. Wie weit ist der? Noch ein Fünftel. Okay. Mach den wirklich, mach den. Er ist immer noch... Er ist immer noch... Er kommt, er kommt, er kommt. Er habe ich immer noch Herzschlag? Oh, er hatte ich gesehen. Jetzt habe ich keinen Herzschlag mehr. Hm. Ähm. Ähm. Mädel, dann hol mich doch mal. Hey. Folgt ihr nicht mehr? Doch! Oh mein Gott, der folgt mir doch noch. Aaaaaaah! Okay. Ich renne einfach zu den Generator. Ja, bitte. Mach das. Jetzt folgt er mir nicht mehr. Doch. Die andere... Nein, Mia! Warum kommst du da nicht mit? Jetzt dran. Nein, er wird mich gleich zum Liegen bringen. Aaaaaah! Nein! Aber die hast du mich, ne? Ja. Der Generator ist gleich fertig. Hab Geduld. Aaaaaah! Ja. Hast du Eutrenalin? Kannst du aufstehen? Ja, doch hab ich ja, hab ich. Ja! Jetzt zu spät. Aber ich glaube, ich darf nicht nochmal hängen. Oder? Doch, darf ich glaube ich. Er denkt mich direkt zum Ausgang. Ja, er wird da... 100 pro Camp. Oh, scheinlich. Oh, der macht gar nicht. Weiße. Macht die andere irgendwas? Die rennt da rum. Na gut, das Ding ist halt, das ist ja kein Nerd. Also, er wird ja jetzt nicht auf ewig das haben. Jetzt rennen sie beide da einfach nur rum gerade. Auf... aufzumachen? Ja. Er macht gelieber Zeit, ich kann dich auf jeden Fall noch runterholen. Oh ja, bitte. Aber lass uns hier zu diesem Ausgang laufen dann. Erstmal muss ich warten, bis er abgekühlt ist, sonst macht das keinen Sinn. Ja, er läuft auch noch hier rum, also... Lasst euch Zeit, ne? Du brauchst ja keinen Stress zu machen beim Ausgang. Ja. Ausgang ist auf, ich warte erstmal, bis er abgekühlt ist. Ja. Dann kann ich dich mit gelieber Zeit holen. Okay. Ja, aber er läuft halt die ganze Zeit rum. Das ist auch zu gefährlich für dich, ehrlich gesagt. Sei bloß vorsichtig, also die andere, die bleibt da auch, die kommt glaub ich nicht wirklich. Die läuft da so ein bisschen rum, aber ich glaub, die kommt nicht wirklich, ne. Er hat mich gesehen. Scheiße. Gleich kann sie ihn nicht in der Zeit holen. Lafft ihr mir überhaupt hinterher? Ne. Ja, geht raus, geht raus. Ist doch super schade, aber geht raus. Aber jetzt hab ich Musik hier. Ja, er ist nicht mehr bei mir, er ist nicht mehr bei mir. Ja, er stalkt sich, aber... Ja, ihr habt ja keine Chance, mit zu mir zu kommen. Tut mir leid, ich bin jetzt rausgegangen. Tut mir so leid. Ja, schon okay. Dann musst du sterben. Oh, er hat sowieso nöt, er hat nöt, er hat nöt, die andere liegt. Reiße. Boah, echt. Ja. Fuck. Ja, das war jetzt auch dumm von ihr. Ja, das... ich würd's niemals herausfahren. Ja, das... ich würd's niemals herausfahren. Sie hätte halt einfach... ja, ne, sie hätte einfach rausgehen sollen. Ich würd's niemals herausfahren. Ich würd's niemals herausfahren. Ja. Haben heutzutage so viele Nöt dabei. Ja. Und sie ist auch tot, ja. Immerhin bist du entkommen, das ist doch was Gutes. Ja. Letzte Folge, ob ich so durch Luca entkommen, also das ist doch so weit alles. Wir lachen es doch schon mal gar nicht so schlecht. Stimmt, wir lachen ja sogar entkommen. So zerbröselt der Keks nun mal. Aber jetzt Kekse wär geil. Letztens Bananenbrot gegessen. Ach, Bananenbrot ist gut. Ich liebe Bananenbrot. Und was du wahrscheinlich nicht mögen wirst, aber was ich super lecker finde, Eierlikörkuchen. Eierlikörkuchen. Ah. Ich hätte den besten Eierlikörkuchen der Welt. Na gut. Liebst mal, wir haben jetzt vorhin noch ein kleines Camper. Naja, okay, ja schon, aber egal. Äh, wir haben, wir haben vor jetzt ein kleines bisschen Bananenbrot zu spielen. Und ich würd sagen, dann sehen wir uns wahrscheinlich dort irgendwann wieder. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss.